Der mutmaßliche Mörder der Freiburger Joggerin Carolin G. ist in der JVA Freiburg schwer zusammengeschlagen worden. Mithäftlinge haben den 40-jährigen Fernfahrer offenbar so brutal attackiert, dass er erst in ein Krankenhaus und dann in ein anderes Gefängnis verlegt werden musste. Der Mann mit dem rumänischen Pass sitzt in Untersuchungshaft, weil er die 27-jährige Carolin G. im November 2016 vergewaltigt und ermordet haben soll. Die Polizei vermutet, dass er weitere Frauen getötet haben könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017